Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Kino des DFF zu unserer Programmereihe Was tut sich im deutschen Film? Das ist eine Kooperation mit der EPD Film und einmal im Monat zeigen wir quasi einen herausragenden deutschen Film mit Werkstattgespräch im Anschluss und heute ist mir eine besondere Freude, dass Michael Vetternatansky zu Gast ist mit seinem Film Alle, die du bist und er wird auch gleich hier auf die Bühne kommen, um noch ein paar kurze, warme Worte zu sprechen und das Gespräch wird Jens Balkenbock leiten. Genau, also beide werden gleich nach vorne kommen. Vielleicht noch der kurze Hinweis, wenn sie nicht genug kriegen vom deutschen Film, es gibt gerade eine neue Sonderausstellung hier im Haus, neue Stimmen, also auch das eine Empfehlung, falls sie jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten sich die gerne anschauen mögen. Und jetzt möchte ich Sie bitten, ganz herzlich Michael Vetternatansky und Jens Balkenbock zu begrüßen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr hier zu sein, bin auch schon sehr gespannt auf das Gespräch mit dir natürlich, aber auch mit euch. Und genau, so viel will ich gar nicht sagen, außer vielleicht der Film, für uns war das immer wie so eine Spieleinladung zum selber mitspielen als Publikum, aber auch zum Mitfühlen und was bei diesem Spiel nachher rausgekommen ist. Da bin ich sehr gespannt. Okay, dann Film ab. Wir werden jetzt ein kleines Werkstattgespräch führen mit Michael über seinen zweiten Film, der dieses Jahr im Panorama der Berlinale seine Weltpremiere gefeiert hat und seitdem eigentlich auf Tour ist durch deutscher Lande und jetzt auch in Malaysia zu sehen sein wird. Da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Lass uns starten. Wir sind alle viele. Wer bist du gerade, nachdem du als großer Fußballfan die Spiele verfolgt hast, die gerade gelaufen sind und noch den schönen Frankfurter Himmel fotografiert hast? Wie fühlst du dich gerade? Wer bist du gerade? Ich habe sehr gut gegessen und bin ein Suchender, wie eigentlich immer. Das hat sich bei mir eigentlich nie so wirklich geändert. Ich glaube, das ist die einzige Konstante. Wir hatten jetzt nämlich unsere Kinotour eben vor ein paar Wochen, sind sehr viel durch Deutschland gereist, waren leider nicht in Frankfurt, also es ist heute das erste Mal in Frankfurt. Das waren sehr, sehr schöne Gespräche, die mich sehr bereichert haben und jetzt habe ich wieder Lust, was Neues zu machen. Aber es ist auch schön, über den Film zu sprechen, aber ich versuche schon ans Nächste zu denken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, dass du dir auch vorstellen kannst, mal irgendwann einen Film für Jugendliche zu machen. Aber wir sind jetzt bei Alle, die du bist. Ein Film über eine vielleicht zu Ende gehende Liebe, über einen Wandel. Wir haben ja im Rahmen der Berlinale schon über den Film gesprochen und ich weiß noch, dass du mir damals gesagt hast, dass dir sehr wichtig ist, dass in den Texten das eigentlich schön sei, wenn nicht über den Auftakt gesprochen wird und was da genau passiert, über das Tier, das da vorkommt. Lass uns doch mal damit starten. Ich finde, der Film startet mit einem ziemlichen Knall. Es geht los mit Enno Schwarz, die in der Firma des Mannes ankommt und ihren Mann in einer anderen Gestalt trifft. Vielleicht sagst du uns mal, wie das zu der Idee kam. Warum ist es dieses Tier und sag doch auch mal die Geschichte, weil ich finde die eigentlich ganz interessant. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dir damals gesagt habe. Also diese Idee, dass es dieses Tier gab, die war eigentlich von Anfang an da. Also ich glaube, grundsätzlich diese Idee, eine Figur über verschiedene Gestalten zu erzählen, die hatte ich schon relativ lange und die gibt es ja auch schon in anderen Filmen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch vielleicht diesen Bob Dylan Film kennt. Da wird Bob Dylan irgendwie auch von Cate Blanchett und so von fünf Figuren gespielt. Also das gibt es auch schon, von Buñuel gibt es das auch schon. Diese Idee gab es auf jeden Fall. Irgendwann kam aber die Idee dazu, oder für mich wurde es erst eine Idee und auch dieser Wunsch, diesen Film zu machen, wurde dann erst so richtig stark, als die Idee dazu kam, dass das eigentlich der Blick eines Menschen auf den Liebespartner ist und das eigentlich ein Ausdruck verschiedener Liebesformen ist. Also wie du hast ja schon angesprochen, das Verlieben und das Entlieben. Und erst als diese Idee da so reinkam, wusste ich, dass es für mich irgendwie eine Idee ist, die mich nicht mehr loslässt. Und dann bin ich wirklich ganz intuitiv, so versuche ich eigentlich immer an die Sachen ranzugehen, habe mich gefragt, was sind eigentlich die Gestalten der Liebe, die ich so vielleicht kenne oder so oder die Sachen, die ich hineinprojiziere in Menschen, die mir viel bedeuten. Das muss gar nicht nur unbedingt in der Liebe sein, kann auch in Freundschaften sein oder in der Arbeit. Und irgendwie bin ich schnell beim Tier, bei der Kuh gelandet. Ich glaube, das hat auch viele Gründe. Meine Mama ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Als ich klein war, habe ich mal eine Geburt von einem Kuhkind, vom Kalb gesehen. Das hat mich, glaube ich, sehr beeindruckt. Und mir war es einfach wichtig, von vornherein klarzumachen, dass in diesem Film es auch um einen Teil der Beziehung geht, den man eben nicht einfach nur in Worte fassen kann, sondern wo es einfach eine sinnliche Vertrautheit gibt, die gar nicht jetzt sehr erotisch ist, das gibt ja eine andere Beziehungsebene noch im Film, sondern die einfach von einer unglaublichen Nähe lebt und dieser Idee, dass sie ihn so sehen kann, wie sonst ihn eigentlich aber auch keiner sehen kann. Und das vielleicht so als Versprechen auch von Liebe, was ja aber auch hinterfragt wird, denke ich mal. Genau, das war so entscheidend. Und genau, wir wollten am Anfang gleich setzen. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, der Film ist eine Spieleinladung. Das war uns auch wichtig, von Anfang an etwas zu machen, wo man als Zuschauer herausgefordert wird und sich auch fragen muss, was will dieser Film jetzt von mir und einen aktiven Zuschauer auch verlangt. Und das war für uns auch die Kuh. Also ich glaube, man kennt das von sich und anderen auch, dass, also wie gesagt, wir sind alle viele. Das ist generell jetzt im digitalen Zeitalter eine Sache, die Aktualität hat, auch wenn das vielleicht jetzt nicht der Grundansatz war für deinen Film. Aber generell hast du ja, du zerlegst gerne die Welt, sage ich mal. Also du hast in dem Film jetzt sozusagen, sehen wir das in einer Art von magischer Realismus, das ist ja so die Perspektive von der Nadine auf ihren Mann. Und gleichzeitig kann man auch zurückfragen, wie er sie vielleicht sehen würde, wenn man das umdrehen würde. Es ist ihre sehr subjektive Perspektive. Und in deinem Debütfilm hast du ja eine Krimi-Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Und erst am Ende, also so im Raschomon-Effekt, wie man das aus der Filmliteratur kennt, Kurosawa. Aber was ist das für eine Obsession mit Perspektive und auch mit Subjektivität, die dich in deinen Filmen beschäftigt? Und die du auch auf unterschiedliche Art und Weisen, sage ich mal, dich daran abarbeitest? Ja, also das kann ich, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so gut erklären, weil man ja selber auch, oder mir ist es auch wichtig, man muss, wenn man so Geld braucht beim Film, muss man sich immer selber erklären. Und man schreibt diese Sachen ja total aus so einem Gefühl heraus und aus so Geschmäckern und einfach auch, damit es irgendwie eine Eigenheit bekommt, darf ich auch gar nicht alles wissen, also konkret, so ganz rational wissen. Aber dann schreibt man immer diese Texte, indem man das versucht zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so mein Thema ist. Ich glaube, ich habe angefangen zu schreiben, ich bin so zum Film gekommen. Viele kommen ja übers Bild und über die wirklich visuelle Vision und ich bin immer über Sprache und übers Hören gekommen. Und tatsächlich übers Schreiben und erstmal auch von Gedichten. Also richtig schlechte, kitschige Gedichte. Ich habe eigentlich immer versucht, Erich Fried zu kopieren und der hat ja immer so aus einem Satz irgendwie fünf verschiedene Varianten machen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich so ganz stupide und ganz schlecht kopiert habe und was bis jetzt in diesen Filmen noch drin ist. Ich weiß nicht, wie lange, ob das bei den nächsten auch so sein wird, aber dieses Prinzip, sich ein etwas zu nehmen und dann von allen möglichen Seiten erstmal zu betrachten und auch so Sprache so auseinanderzunehmen, in dem Sinne jetzt filmische Sprache, das ist, glaube ich, etwas, aber genau. Ja, in dem Sinne auf jeden Fall auch sehr formbewusst. Also in deinem ersten Film, sag du es mir, es ist wie gesagt eine Krimi-Geschichte aus drei Perspektiven, die in den Plattenbauten eigentlich spielt. Und jetzt ist es halt diese Geschichte, was beides eint, ist auf jeden Fall, wie du sagst, du hast ein großes Verhältnis zu Sprache, in deinen Filmen fällt auf jeden Fall auf, dass du Geschichten erzählst mit Mundart, mit Dialekt, das ist in deinem Debüt halt das Brandenburgerische, Berlinerische. Jetzt hier ist es das Rheinländische. Wie wichtig ist das für dich in dem Fall? Also warum schreibst du die Filme so oder was ist der Bezug für dich da? Du bist ja 1993 in Köln geboren, um das jetzt mal noch voranzuschieben und du hast da so eine eigene Note. Das ist auch wieder eher, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist oder so, ich kann auf Hochdeutsch wirklich keine Dialoge schreiben. Also das Papier wird einfach nicht voll. Also der Computer, das klingt jetzt so altmodisch. Da kommt kein weiterer Satz irgendwie. Und sobald ich mit Dialog arbeite, ich glaube deswegen, ich komme einfach vom Hören und vom Imitieren. Ich glaube, das war auch neben diesem Gedichteschreiben mein Zugang zu Filmen. Immer irgendwie Dialekte, obwohl ich sie gar nicht wirklich gut kann, aber irgendwie dadurch eigentlich Menschen zu erfassen, wie sprechen die? Und jeder Dialekt bringt ja auch eine eigene Mentalität mit sich, ein eigenes Tempo. Und das bringt mich dann eigentlich den Figuren näher. Und sobald ich irgendwie einen Dialekt gefunden habe, der für mich zu einer Figur passt, dann habe ich auf einmal das Gefühl, ich weiß auch, wie deren Welt aussieht. Und ich weiß vielleicht auch, wie sie auf so einen Satz wie Wieso liebe ich dich nicht mehr reagieren würden oder so. Auf Hochdeutsch wüsste ich nicht, was der sagt. Dann wird der, ah, wieso liebst du mich denn nicht mehr? Und der sagt einfach, du liebst mich noch. Das würde mir nur einfallen, wenn ich im Dialekt schreibe, nicht im Hochdeutschen. Kannst du irgendwie ergründen, wo das herkommt? Also ich meine, wenn du sagst, dass du imitierst und dass du gerne Gedichte geschrieben hast. Also ich glaube, das ist, also mein, genau, meine, ich will jetzt nicht meine ganze Familiengeschichte erzählen, aber wir haben vier Jahre, in meiner Kindheit habe ich in Spanien verbracht und dadurch habe ich relativ früh einfach eine neue Sprache lernen müssen und habe dadurch aber auch immer das Deutsch irgendwie anders betrachtet, so aus der Distanz. Und als ich dann wiederkam, auch das Kölsch, also ich bin ja in Köln aufgewachsen. Und ich glaube, dieses Sprachenlernen und erstmal immer zuhören müssen und dann imitieren, das ist, glaube ich, so sehr, sehr wichtig für mich gewesen, um da hinzukommen, genau. Genau. Also in dem Fall kann man von allen, die du bist, kann man sagen, das ist Liebe und Arbeit. Also was ist da so der Grundimpuls bei dir? Ja, das hat auch wieder verschiedene Gründe. Also ich glaube, uns war es auch wichtig, obwohl hier Arbeit auch ein großes Thema ist, das eigentlich erstmal mit einer großen Selbstverständlichkeit zu erzählen. Und ich frage mich immer eher so, was ist denn so das Selbstverständlichkeit, also was wäre denn das Normale? Und dann würde man sagen, wieso ist das jetzt nicht im so Akademikermilieu angesiedelt? Aber gerade diese Fragen, um die es geht, die sind für mich halt unglaublich universell. Und ich habe das Gefühl, dass oft in Filmen, in denen dieses Milieu porträtiert wird, dass es entweder so unglaublich romantisierend ist oder so sehr irgendwie mitleidend. Also mit so ganz viel Mitleid irgendwie. Und hier ist das ja eine sehr selbstbewusste Figur, die unglaublich komplex eigentlich, oder versucht ist, also angelegt ist jedenfalls. Und das ist mir einfach auch wichtig, um das klar zu machen, dass es gleichzeitig aber auch eine Welt ist und das hat für mich einfach auch eine filmische Stärke, die dieses Konzept der Me-Time vielleicht weniger kennt als in anderen Schichten, wo man dann irgendwie ganz selbstverständlich zum Therapeuten geht und das dafür auch eine bestimmte Sprache gibt. Die haben ja in dieser Welt, die Figuren haben ja genauso auch ihre eigene Sprache dafür, aber die finden sie halt auf andere Wege. Und das war mir wichtig. Und dann ist es so, ich bin eben in Köln aufgewachsen und in der Umgebung habe ich immer Fußball gespielt, da wo wir auch gedreht haben. Und das ist auch immer wichtig. Neben dem Ganzen, was man sich so im Kopf überlegen kann, sind diese, wie gesagt, so intuitiven Erinnerungen oder so auch immer für mich ganz wichtig. Weil dann habe ich das Gefühl, da reizt mich nochmal etwas, was ich so suchen will und was ich vielleicht aber noch gar nicht irgendwie verstehe. Und das sind einfach monumentale, also bedrückende Landschaften teilweise, die aber ja auch, je nachdem welches Licht ist, auch was total Faszinierendes eben haben können. Und das sind ja auch so die beiden Welten, die der Film zeigt. Wir haben ja das Verlieben, das Verzaubern eigentlich und dann aber auch das Enttäuschen und das Entzaubern. Und das, finde ich, kann man in dieser Landschaft einfach sehr gut erzählen. Und genau, ich finde einfach auch, dass man oft in Deutschland das Gefühl hat, alles ist so ganz normal, alle leben nur in so Reihenhäusern oder so, aber es gibt ja auch diese Welt und die ist ja ganz nah. Das ist auf jeden Fall, also ich würde sagen, eine sehr eigene Stimmung. Du hast natürlich sozialrealistische Komponenten in deinem Kino, aber gleichzeitig dieses Poetische, jetzt in dem Fall wirklich dann auf die Spitze getrieben, auf eine, wie ich finde, sehr kluge Art, in dieser Art von subjektiver Wahrnehmung. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, also wenn man jetzt den Bogen noch weiterspannt, du hast da noch im Film mitgearbeitet, der auch sehr groß war, um jetzt nochmal das größere Fass aufzumachen, mit deiner Lebensgefährtin Sophie Lindbaum zusammen, hast du an The Ordinaries am Drehbuch geschrieben, auch ein Film, ein deutscher Film, der letztlich ja sehr erfolgreich gelaufen ist, der eine Geschichte erzählt über eine magische Welt, in der die Gesellschaft eingeteilt ist in Outtakes, Nebenfiguren und Hauptfiguren, genau, das ist so eine Hierarchie, also auch dort hat man eine Art von Klassengesellschaft mit drin, so und das könnte man sagen, das zieht so als Thema bei dir durch. Das ist aber ein sehr magischer Film, wo du mitgeschrieben hast. Also wo würdest du dich jetzt selbst so verorten? Also deine Filme haben ja, wie gesagt, dieses sozialrealistische auch mit drin. Siehst du dich auch vielleicht irgendwie im Fantastischen verhaftet für zukünftige Projekte? Also auf jeden Fall, aber auch da, ich will jetzt gar nicht so ein Spielverderber sein, aber ich bin immer vorsichtig, glaube ich, bei diesen Begriffen, weil wenn ich mir jetzt vornehme, jetzt musst du ganz fantastisch oder poetisch sein, dann wird es eigentlich wahrscheinlich nur plump wie meine Gedichte früher und so. Das heißt, ich brauche irgendwie immer noch, also das hat für mich immer wie so eine innere Logik da drin. Deswegen diese Idee mit diesen Gestalten ist für mich jetzt, die hat sich, es war auch interessant in den Gesprächen, die hat sich für mich jetzt nicht, für mich nie so groß verkopft angefühlt, sondern wie du es schon gesagt hast, wir nehmen uns ja alle unterschiedlich wahr. Wir sind ja auch jeden Tag irgendwie jemand anders. Das haben unsere Hauptdarsteller immer auf unserer Kinotour sehr, sehr schön eigentlich erzählen können. Und dadurch hatte ich das Gefühl, wenn wir alle mal in unseren Beziehungen ein bisschen länger nachdenken, wird uns sofort einfallen, dass wir auch manchmal das Kind sind, dass wir auch manchmal die Tröstenden, die Schutzgebenden sind, dass wir, und es gibt ja noch viel, viel, viel mehr Rollen, die wir jetzt in dem Film nicht alle gezeigt haben. Vielleicht ist es ja wirklich jeden Tag eine andere Rolle, die man irgendwie auch einnimmt. Und genau, das, ja, ich glaube, ich brauche immer, dass eine Idee wie so ein Spielangebot ist, auch für mich selber, dass ich das Gefühl habe, es macht irgendwie Spaß, da diese Menschen zu erfinden. Und ich weiß noch nicht, was am Ende rauskommt. Ich merke immer dann, wenn ich eine Idee habe, wo ich weiß, okay, jetzt weiß ich eigentlich schon alles, was passiert, dann reizt es mich nicht und dann habe ich nach einer Woche eigentlich keine Lust mehr. Dann hast du nach einer Woche keine Lust mehr, okay. Was mich sehr gereizt hat, auf jeden Fall nochmal, um bei dem Film konkret zu bleiben, du spiegelst, also du erzählst ja eine Geschichte des Wandels eigentlich und ich finde einen großen Anteil spielen natürlich auch diese Industriewandelgeschichte, die erzählt wird. Also sie als Vorsitzende des Betriebsrats, die sich da in die Rolle reinschmeißt, auch dort nicht nur persönlich die Beziehung zu retten, sondern auch für ihre Kolleginnen und Kollegen was zu machen. Warum diese Spiegelung und Liebe und Arbeit, dass du das zusammenbringst? Vielleicht darüber nochmal. Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke, worüber definiert sich diese Figur Nadine eigentlich? Und sie definiert sich über das, was sie arbeitet und das oder wie sie liebt eigentlich. Und beides wird ja, wie du schon gerade gesagt hast, ganz grundlegend in Frage gestellt. Und beides hat ja auch irgendwie so eine Wechselwirkung aufeinander. Dem Moment, wo sie vielleicht die Chance hat, wieder die Liebe zu finden, kommt dann wieder die Arbeit und nimmt sie und andersrum. Und das war auch schon von Anfang an für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich habe irgendwann versucht, beim Schreiben das gar nicht mehr so zu trennen, sondern eigentlich waren diese ganzen Arbeitsszenen für mich auch Liebesszenen. Weil sie auch, die Aufgabe sie, die da hat, man nennt ja jetzt immer Emotional Care Work oder so, im Grunde ist ja bei ihrer Freundin eigentlich ganz extrem so. Eigentlich die, die ihr damals noch irgendwie sagt, wie man eigentlich guckt und so diese Offenheit eigentlich erstmal so, beibringend ist das falsche Wort, aber so irgendwie einen Anstoß gibt, ist eigentlich die, die ihr nachher am Verzweifelten ist. Und die ihr, also noch eine Figur, der sie das Gefühl geben muss, gesehen zu werden. Und ich glaube, das ist eine Rolle, die mich jetzt jenseits von Arbeit und Liebe interessiert hat, eine Rolle, die wie so das Gefühl hat, sie hat die Last dafür, dass sich, oder sie hat die Aufgabe, dass sich Menschen gesehen fühlen. So, wenn sie nicht da ist und den Leuten sagt, wer sie sind, in all ihren Facetten, dann bricht irgendwas zusammen. Und ich glaube, dass ich solche Leute in meinem Leben öfter auch irgendwie getroffen habe und sehr bewundert habe und gleichzeitig aber auch da etwas sehr Tragisches drin liegt, wenn man das Gefühl hat, man versucht eigentlich überall das festzuhalten und ist dann aber selber eigentlich der, bei dem dieser liebende Blick eigentlich zerfällt und nicht mehr, also genau, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Genau. Sie ist gleichzeitig irgendwie eine tragische und aber auch sehr kraftvolle weibliche Figur, also versucht, alles zusammenzuhalten, wie du sagst, die Familie und auch die Kollegen irgendwie in eine neue Struktur mit rein zu überführen, wie das auch immer dann aussehen mag. Das ist ein sehr gegenwärtiges Thema in dem Fall auch schon wieder, wenn wir über den Industriellen, Wandel etc. sprechen. Für so eine Figur braucht es auf jeden Fall eine starke Hauptdarstellerin. Vielleicht erzählst du nochmal was zu Enne, die ja vorher, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt von Eva Drobisch, das Debüt, da hat sie die Hauptrolle gespielt und ist damit, ich habe gerade den Titel leider vergessen. Alles ist gut. Alles ist gut, genau, wo sie eine Frau spielt, die am Arbeitsplatz vergewaltigt wird und das eigentlich zu verdrängen versucht, aber da natürlich dran scheitern muss. Eine fantastische Rolle. Vielleicht sagst du was zu eurer Zusammenarbeit, weil sie ja schon da... Ja, also Enne war sehr, sehr früh dabei und das war ein Riesengeschenk, weil sie auch bei den Castings geholfen hat, diese anderen Pauls eben so zu finden. Und das war dann auch, als Carlo dann das erste Mal dabei war, also man macht dann ja immer so verschiedene Konstellationscastings und guckt dann einfach auf verschiedene Dinge, einfach nur irgendwie haben die einen ähnlichen Humor. Glaubt man den beiden, dass sie wirklich vielleicht schon, wir erzählen ja so eine Zeitspanne, dass die irgendwie sieben Jahre zusammen waren und stoßen da auch Energien aufeinander, die auch wieder dieses Unbekannte, die irgendwas erzeugen, was ich auch gar nicht kontrollieren kann. Und das war bei den beiden so. Also diese Szene mit diesem, wieso liebe ich dich nicht mehr, du liebst mich noch, die haben wir ganz oft in dem Casting einfach, es spielt in verschiedene Richtungen. Manchmal hatte ich das Gefühl danach, da ist gar kein Zweifel mehr bei ihr. Auf jeden Fall werden die diese Liebe aufrechterhalten. Manchmal war es genau das Gegenteil. Und genau diese Ambivalenz von den beiden war mir total wichtig. Und Anne ist wirklich, man denkt, also oft war die Frage nämlich, wie haben wir eigentlich diese Rollen zusammengehalten? Und das macht ganz stark Anne eigentlich, weil sie spielt ja, sie passt sich ja immer auf die Liebe von den anderen an. Also ich habe zwar auch mit den anderen Pauls gesprochen, aber es ging gar nicht so darum, übrigens der eine hat das so gespielt, jetzt spiel du das mal so, sondern nee, sie ist ja die, die alles zusammenhält. Also sie ist ja auch die Hauptfigur, es ist ja auch ihr Blick. Und wie sie das gemacht hat, weil die Schauspieler sind auch sehr unterschiedlich. Also Carlo Lubeck zum Beispiel ist ein sehr erfahrener Film-, Kino- und Theaterschauspieler. Da hatten die natürlich so eine sehr ähnliche Sprache. Aber dann mit einem Kind zu spielen, mit der Jule Nebel-Linbaum, die die Frau Paul spielt, die hatte vorher noch bei keinem einzigen Film mitgespielt. Das war mir aber auch wichtig, dass alle Pauls auch so einen eigenen Charakter haben. Und dann noch mit einer Kuh. Also sie hat sich auf alle unglaublich eingelassen. Und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, es gab dieses Drehbuch von mir und dann gab es Anne, die auf dieses Drehbuch reagiert hat. Und ich als Regie habe eigentlich sehr wenig ihr gesagt, sondern war einfach nur glücklich und dankbar, ihr irgendwie dabei zuschauen zu dürfen und habe sie versucht zu unterstützen. Aber da hat sie so viel investiert und das ist auch, es gibt ja sehr emotionale Szenen und dann muss man sich, hoffentlich funktionieren die für einen jetzt, aber drehen heißt das ja, du heulst da irgendwie zehn Minuten und dann wechselt das auf einmal und dann sitzt da ein kleiner Junge vor dir und du musst so an derselben Stelle wieder heulen. Und das hat sie immer geschafft und ich weiß nicht wie und das ist ein Wunder, was ich auch gar nicht erklärt brauche, aber was einfach toll war. Und sind die Szenen dann, wenn du schreibst, also du hast ja schon gesagt, dass das Schreiben für dich so der Hauptprozess ist, sind die Szenen wirklich komplett durchkomponiert oder ist auch Platz für Improvisation in deinem Film? Weil man hat das Gefühl, dass gewisse Szenen auch so einen Flow haben, der irgendwie schwierig ist. Also wir haben eben im Casting und im Probenprozess eigentlich sehr viel improvisiert und ich bin auch keiner, der jetzt so krass dran hängt und sagt, oh, ich habe das eine Komma jetzt da, mach doch mal da die Pause, genau so. Ich glaube aber, dass es am Ende trotzdem so ist, dass wir sehr stark zu den alten Dialogen immer zurückgekommen sind und eher, ich drehe auch immer sehr viele Varianten und wir immer eher so, wir wollen einfach, oder ich will das, aber ich glaube die Schauspieler wollten das auch, alles rausholen, was da drin steckt in dieser Szene. Und dazu gehört es eben auch mal, Szenen länger laufen zu lassen. Oft habe ich das Gefühl, die beste Regieanweisung ist einfach laufen lassen und dann fangen die beiden nochmal an. Also es gab zum Beispiel in der Badewanne so eine Szene, die haben, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, zweimal hintereinander die einfach gespielt und schon, da sind Schauspieler auch viel kluger und da kann alles, was ich sage, ist eigentlich auch dann viel zu sehr irgendwie so für den Kopf bestimmt. Und die bleiben dann dabei und haben das dann super für sich eigentlich so gebaut. Aber trotzdem sind wir im Endeffekt sehr oft zu diesen Dialogen zurückgekommen. Es gibt aber zwei Stellen, das ist mir nur wichtig auch zu sagen, zum Beispiel wenn sie sagt, du hast da so ein Loch im Kinn, das stand nicht im Drehbuch. Das war aber auch das Schöne, weil es geht ja in der Szene darum, sich zu beobachten und da kann sie nicht immer denselben Satz sagen. Also das hat Anne selber angeboten, aber das fand ich richtig cool. Und wenn Carlo zum Beispiel am Ende sagt, dieses Nicht-Weinen, wo er eigentlich selber schon fast weinen muss, auf einmal sieht er, dass sie weint und reagiert darauf und sagt, nicht weinen. Das sind Sachen, die hätte ich mir nicht ausdenken können und die hat er zum Beispiel gesagt. Also um zwei konkrete Beispiele zu nennen. Sonst sind es schon Dialoge, vielleicht noch dazu, die schon von dem Prinzip her, und ich glaube, das hat ein bisschen mit diesen Gedichten vielleicht zu tun, die immer sehr so aufeinander aufbauen und die immer ein Wort mitnehmen und dann wieder umdrehen. Lächelst du so? Nein, wieso? Wie habe ich denn sonst? Also das sind Sachen, die müssen, glaube ich, schon oft geschrieben sein, weil die sonst etwas, wie soll ich sagen, nicht so kanalisiert werden. Ja, also wir werden dafür vielleicht die Runde nochmal öffnen, damit ihr auch Fragen stellen könnt. Ich möchte aber vorher noch einmal die Perspektive ein bisschen weiten und generell fragen, wie, also du kommst von, du hast in Babelsberg studiert, Regie studiert, dein Sagt-Du-es-mir war dein Abschlussfilm, der auch schon sehr erfolgreich gelaufen ist und Preise gewonnen hat. Du hast jetzt deinen zweiten Film vorgelegt, der in Berlin gelaufen ist. Vielleicht erzählst du nochmal ein bisschen, wie so dein Eindruck ist. Es gibt ja immer sehr viel Kritik am deutschen Film und am Fördersystem und überhaupt, also wie du dich da aufgehoben fühlst und auch jetzt perspektivisch, was du noch als nächstes im Köcher hast. Also ich muss sagen, ich bin total dankbar, dass ich in Babelsberg auch bei unserem ganzen langen Abspann, sind auch einige Babelsberger da mit dabei, da wirklich ein Team gefunden habe, also an erster Stelle, oder an erster beider Stelle sozusagen, einmal eben tatsächlich so viel hinbauen. Also meine Freundin, die auch eben die Regie gemacht hat und das Drehbuch geschrieben hat von The Ordinaries und meine Produzentin Virginia Martin, wir haben uns alle irgendwie während des Studiums kennengelernt und unterstützt. Und das habe ich das Gefühl, dieses, es wird einem immer erzählt, dass alles so ein Haifischbecken ist und dass überall so eine Ellbogenmentalität herrscht. Und ich kenne die Branche noch zu wenig und das kann auch noch kommen, aber wie wir in der Uni bislang uns gegenseitig unterstützt haben, auch bei den allen möglichen Filmen, das ist sozusagen so eine, daraus kann man sehr viel Zuversicht schöpfen und dadurch werden auf einmal auch Sachen möglich und man stellt sich auch gegenseitig Leute vor, so simple Sachen, das nicht, ah nee, der gehört jetzt nur mir, dieser eine Kontakt oder so, sondern es ist ein sehr gemeinschaftliches Gefühl und deswegen fühle ich mich gerade sehr gut aufgehoben. Gleichzeitig gehen aber natürlich auch die ganzen pessimistischen Stimmen auch nicht an mir vorbei. Ich bin dann am glücklichsten, wenn ich irgendwie schreiben kann und jetzt werde ich versuchen, wieder irgendwie für irgendwelche Förderungen Geld zu beantragen und dann mal gucken, wie lange das noch geht. Aber solange da so Leute sind, wie die ich alle in dem Studium kennengelernt habe, bin ich irgendwie naiverweise ganz optimistisch. Das heißt, du bist auf jeden Fall nach deinem ersten Film, wo ja immer gesagt wird, dass diese Unikontext sozusagen den Raum gibt, um sich kreativ zu entfalten und den Film zu produzieren, bist du eigentlich ganz gut aufgefangen worden. Ja, also das ist genau, Wir konnten bei dem Film wirklich, also natürlich wir hatten vom kleinen Fernsehspiel von Jörg Schneider und Jakob Zimmermann, das waren unsere Redakteure, die uns da auch betreut und beraten haben und die auch sehr tolles Feedback gegeben haben, aber die uns im Kern immer total ermutigt haben, eigentlich diesen Weg zu gehen. Also es wurde, diese Idee jetzt mit diesen Gestalten wurde dann nie so in Frage gestellt. Es wurde gefragt, wie wollt ihr das konkret umsetzen natürlich, aber das war ja eigentlich das, das war das, was sie eigentlich sehen wollten. Und da haben wir uns sehr aufgehoben gefühlt, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht das, was immer als Gremienfilm geschimpft wird, was du jetzt gemacht hast. Dennoch eine Frage, du hast ja auch eine Produktionsfirma mitbegründet oder bist Teil davon, die diesen Film auch mitproduziert hat. Ich hatte Anfang des Jahres ein Interview mit Robert Gwistek, der halt seinen Film gerade komplett selbst verliehen hat, mit einer eigenen Produktionsfirma auch und der hat dann irgendwie die These aufgestellt, dass es jetzt so ein bisschen Gorilla-mäßig losgeht im deutschen Film, wenn man irgendwie spezielle Stoffe machen will. Jetzt hast du natürlich einen ganz anderen Ansatz, weil du hast das Glück, dass du über die großen Töpfe auch gefördert wirst für deine Filme, aber ist das irgendwie sowas, was du auch siehst, dass es da eine Art von Autonomiebestrebungen gibt von jungen Leuten, die irgendwie eigene Methoden entwickeln, um Filme an den Start zu bringen, ins Kino zu bringen? Ja, also ich kriege das, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Max Gleschinski kennt, das ist ein Rostocker Regisseur, der auch noch in Rostock wohnt, was ich besonders cool finde. Kalt schlag, ne? Genau. Und jetzt Alaska als nächsten Film und der ist mittlerweile auch in diesem, so macht er seine Filme auch auf die ganz normale Weise, aber der hat zum Beispiel über so ein Rostocker Kollektiv eigentlich mit seinen Freunden angefangen, so ich das verstanden habe und das finde ich sind auf jeden Fall so Beispiele. Es gibt auch, über meine Produzentin habe ich letztens noch gehört, von jungen Filmteams, die sich irgendwie finden und da gibt es sehr viel. Trotzdem langfristig muss man ja irgendwann Geld verdienen damit und dadurch stellen sich diese Fragen und ja. Okay. Ich würde sagen, wir öffnen die Runde jetzt für Fragen aus dem Publikum. Habt ihr Fragen? Ja, gerne. Als Anregung oder so. Weil eine Sache, die ich eigentlich gerne immer noch sage, ist, meine Produzentin und ich, wir waren irgendwann unterwegs nach dem ersten Film, diesem Raschumund-Film, wie du ihn gerade genannt hast, mit den Perspektiven auf irgendeinem Festival und haben gesagt, als nächstes wollen wir einen Liebesfilm machen. Und dann habe ich mich gefragt, ich finde, viele Liebesfilme handeln eigentlich, also was wäre für mich eigentlich ein Liebesfilm? Und viele Liebesfilme handeln eigentlich nicht wirklich von der Liebe. Also wenn etwas von der Liebe handelt, dann muss es, finde ich, auch die Liebe hinterfragen. Und viele Filme, da ist die Liebe nie hinterfragt. So die Frage, kriegt man jetzt den Typen oder die eine oder wer steht im Weg und muss man das auf der Hochzeit sagen oder später. Aber nicht dieses, wie lieben wir eigentlich, wie ist das ganz konkret, was verliebt man, in wen verliebt man sich, verliebt man sich manchmal auch nur ins Verlieben. Also all diese Sachen, wo der Film ja auch nur ein Anfang ist und wo man noch ganz viele Filme drüber machen könnte, die haben mich eigentlich sehr gereizt. Und deswegen, ja, habe ich so im Zuge dessen, das ist eigentlich ein Liebesfilm, sehr viel nachgedacht. Und genau. Du hast auf jeden Fall eine Figur geschrieben, die daran ja irgendwie zerbricht, aber gleichzeitig auch festzuhalten versuchen. Das ist ja schon eine sehr, ja, auf jeden Fall. Ja, da haben wir eine Frage. Würdest du deinen Film als sehr realistisch sehen, also als eine Geschichte, die tatsächlich so passiert ist? Der Grund, warum ich das frage, dass ich eigentlich die Geduld von ihr sehr bewundert habe und frage, ob das ein Mensch so lange schafft, wenn das jetzt sieben Jahre waren. Die haben wir dem Film nicht gesehen. also ich würde mir das wünschen, dass ich das schaffen könnte. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich kann, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich beim Schreiben mir eigentlich immer gedacht habe, trotz der ganzen Schwächen, die er natürlich auch hat und die sie ja auch irgendwo hat, dass die eigentlich schon ein gutes Team sind. Also, dass die eigentlich schon eine gemeinsame Sprache haben, dass die über alles reden können. Es gibt ja Beziehungen, da könnte man niemals jemanden fragen, wieso liebe ich dich nicht mehr, sondern würde man erst 100 Jahre später machen und dann ist es zu spät. Und er geht da auch erstmal drauf ein, er versucht sie ja auch zu verstehen. Ich verstehe aber auch, dass man ihn ganz anders lesen kann, aber beim Schreiben für mich war eigentlich immer diese Sache, was ist eigentlich, wenn eine Beziehung so viele verschiedene Facetten hat, wenn man sich in so vielen Rollen kennt und akzeptiert und auch lieben kann und trotzdem irgendwann diese Liebe weggeht. Das ist das, was mir beim Schreiben so eigentlich am meisten wehgetan hat. Dass es eben nicht diesen ganz banalen Grund gibt, von jemand anders ist da, sondern das in einem einfach, das zerbröselt aufgrund vieler Gründe eben. Wir haben ja schon über Arbeit gesprochen, aber es gibt ja sicherlich auch noch mehr. Und realistisch, also es ist jetzt keine autobiografische Geschichte oder so, aber so dramaturgisch beantwortet, hängt glaube ich, die beiden hängen auch sehr aneinander, weil sie, wenn sie ankommt da in dieser Gegend, sie kommt ja vorher aus Brandenburg, kommt da hin als alleinerziehende Mutter und ist ja wirklich, man sieht das ja auch im Umgang mit ihrem Kind, eigentlich total hilflos. Also sie weiß gar nicht genau, wie sie mit ihr umgehen soll. Sie sagt das ja auch später, dann irgendwie, sie hat keine Gefühle für sie. Und ich glaube, dass sie mit ihm jemanden findet, wo sie auf einmal wie so einen Kontakt wieder zu ihren Gefühlen findet. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ihr unglaublich viel Kraft gegeben hat und woran sie auf jeden Fall festhalten will. Und das ist, der Film ist für mich, Festhalten ist auch so ein Thema. Festhalten an den alten Strukturen, Festhalten an alten Rollen, Festhalten an einer Liebe und genau, und gerade in dem Moment, wo man, ob man will oder nicht, irgendwie anpassungsfähig sein muss, also ob in Arbeit oder Liebe. Vielen Dank erstmal für den Film. Also ich fand ihn ganz toll, auch wie Sie sagten, dass es von dem Zuschauer etwas verlangt und das hat mir einiges abverlangt, muss ich sagen. Aber Thema Liebe, wir denken ja alle darüber nach, was ist Liebe? Und ich weiß nicht, ich hätte es nicht so erwartet, beziehungsweise die Entwicklung der Liebe am Ende. Ich liebe dich nicht mehr. Man weiß ja, dass Beziehungen sich auch entwickeln und dass einfach da nichts mehr ist, dass ich hätte eher erwartet, dass es sich transponiert in irgendeine andere Beziehung, in eine wärmere Beziehung. Meinen Sie jetzt in eine andere, wärmere Beziehung oder innerhalb dieser Beziehung in eine wärmere Form? Genau. Also das würde ich auch gerne… Kein Abbruch, kein Abbruch, sondern eher, ich meine, ich bin nicht verheiratet, aber ein Freund von mir zum Beispiel ist in einer Ehe und er sagt das auch, es ist anders. Am Anfang ist eher ein Verliebtheit und danach entwickelt sich die Beziehung auch. Aber nun weiß ich nicht, ist das eher ihrem Alter geschuldet oder? Entschuldigung. Das weiß ich, kann ich nicht sagen. Da will ich zwei Sachen drauf tragen, mal gucken, ob ich mich erinnere. Einmal war, also ich bin überhaupt kein Liebesexperte, da kann ich jetzt gar nichts zu erklären. Für mich war, wie ich diese Figur mal betrachtet habe, ist, wie offen ist ihr Blick. Und als sie kommt am Anfang und allein als sie eine Mutter ist und diesen Job da gerade kriegt und erstmal überhaupt, die einzige Frage ist, wie komme ich hier überhaupt über die Runden eigentlich, sie klaut ja dann auch noch Sachen und so, ist der Blick eben noch ein Tunnelblick. Dann lernt sie eben Aida kennen bei dieser Suppenszene, guck doch mal und das ist jetzt nicht so der Jedi-Ritter-Moment, aber es öffnet so ein bisschen ihren Blick und dann fängt sie auch an, ihn in anderen Gestalten zu sehen und auch sich selbst eigentlich. Das war eigentlich immer dieses Ding, sie sieht zwar etwas in ihm, aber was sagt das eigentlich über sie raus? Also sagt er eigentlich viel mehr über ihre Sehnsüchte, über ihre Bedürfnisse und wer sie eigentlich ist. Und es gibt da eigentlich diesen Moment, finde ich, wo sie sich auch findet. Also in den verschiedenen Gestalten, die sie in ihm sieht, findet sie eigentlich selbst. Und dann in der Gegenwart, sieben Jahre später, ist sie aber eben nicht mehr nur noch verantwortlich für Kinder und für die Beziehung, sondern auch in dieser Arbeit. Und das, was ich vorhin am Anfang versucht habe zu sagen, kümmert sich auch noch um, muss alle sehen und muss sozusagen zu viel sehen. Und das war für mich so dieser Gedanke, dass sie daran eigentlich ein bisschen ein Stück weit erblindet. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall eine Hoffnung, aber es muss sich der Blick irgendwie ändern. Und wie schafft man es sich, so einen offenen oder liebenden Blick beizubehalten? Und da gibt es aber Hoffnung. Also das ist glaube ich auch das, das war uns auch wichtig, dass der Film, der endet ja, das ist mit den Zeitebenen für manche nicht so leicht zu verstehen, aber der endet in der Vergangenheit. Also wenn ihr da beim Jobcenter-Gespräch ist, das ist ja im Grunde sieben Jahre davor, wo ihr eigentlich diesen Heiratsantrag so über die Bande macht. Und das war für uns auch wichtig, mit diesem eigentlich etwas hoffnungsvollen Schimmer aus der Vergangenheit zu enden. Und wer weiß, vielleicht wird sie wieder die, die sie damals war. Und ich finde, da ist Film einfach auch so eine schöne, ich weiß nicht, wo man das anders so schön erzählen kann, dass man in der Liebe, eigentlich haben sie es ja gerade beschrieben, man ist ja immer beides, man ist ja der, der vielleicht gerade nicht liebt, aber man weiß ja, wie man mal geliebt hat. Und diese Ambivalenzen, dass beides irgendwie im gleichen Moment da sein kann, auch wenn die Kuh dann am Ende da irgendwie weggeht, auf einmal ist das wieder dieses geliebte Bild, aber eigentlich hat sie sich gerade verabschiedet. Das war auch so ein ganz wichtiger Punkt, deswegen auch diese zwei Zeitebenen, dieses Gefühl von immer hin und her und was Anne ja auch unglaublich spielt. Also das ist auch etwas, das kann ich nicht inszenieren oder da schreibe ich dann irgendwas dahin, aber das wie sie, immer wenn sie ihn küsst, eigentlich auch schon wieder weg von ihm ist und immer wenn sie weg ist, aber eigentlich zu ihm hin will, das ist ja fast schon, also genau, das ist wirklich Ende. Und vielleicht noch ergänzend dazu, jetzt, ob der Film jetzt hoffnungsvoll oder eher pessimistisch endet, also ich finde auf jeden Fall, dass es eine, also ich sehe das Ende eher positiv, weil es wird ja keine Tür zugeschlagen, sondern sie sieht ein Fenster, also man kann zumindest durchschauen. Also ich weiß nicht, wie sie den Film wahrgenommen haben, ob das für sie jetzt eine, ich habe da schon den Wandel gespürt in ihr und wie sie eigentlich daran abarbeitet, sich, und das versucht irgendwie alles hinzubekommen. Das wird aber nicht ausformuliert und das ist ja auch das, was es so stark macht. Du bleibst da ganz bewusst in der Schwebe. Ich würde gerne mal nach der Rollenverteilung fragen. Also ich habe das so auch schon gesehen als Porträt einer ziemlich starken Frau, die unheimlich viel handeln muss. Das ist ja auch irgendwie am Ende dann ziemlich klar mit den Kindern und dem Raumschiff und so. Also sie liebt ihn ja vielleicht dann auch nicht mehr, weil sie echt ganz schön viel zu tun hat, die ganze Pflegearbeit, seine ganzen irgendwie Personas da zu handeln, ihren Job, die Kinder. War das eigentlich schon immer klar, dass das die Rollenaufteilung ist oder könnte es auch umgekehrt sein? Könnte es auch mal einen Film geben, wo sozusagen die Frau dann diese vielen Rollen hätte und der Mann sich kümmern müsste? Also ich meine, war es immer klar, dass es so, dass es die Verteilung ist. War das verständlich? Ich glaube schon. Also für mich hat sie ja auch viele Rollen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Es gab auch mal bei unserer Kinotour Fragen, wieso wir sie nicht eigentlich von vier Figuren haben spielen lassen. Aber das wäre dann für mich, glaube ich, so ein Punkt gewesen, wo der Film dann, also für mich haben Filme keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dass man so ein Konzept irgendwie mathematisch korrekt durchführt, sondern dass eigentlich als Publikum ja die verschiedenen Gestalten sieht und damit irgendwie etwas anfängt. Und aber in ihr ja auch, ich habe ja vorhin erzählt, ihre Entwicklung ein bisschen, von dem Tunnelblick zu dem offenen Blick, zu dem Blick, der alles sehen muss, aber eigentlich nichts mehr sieht. Und das sind für mich eigentlich auch schon drei Rollen, die aber natürlich eine andere Natur oder einen anderen Charakter haben als er. Und genau. Das war meine... Also vielleicht nochmal dann einhaken, dass du mich jetzt gerade draufgebracht hast, Sabine, generell, dass Frauen in deinen Filmen auch immer eine sehr... Also eigentlich die tragenden Rollen spielen so. Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen, weil ich finde, also du schreibst sehr differenzierte Frauenfiguren. Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also zum Beispiel jetzt bei den beiden Filmen, muss ich sagen, ich habe mir vorher natürlich auch verschiedene Gedanken gemacht, aber zum Beispiel bei Sack Du's Mir, die Rolle, die ich für Giza geschrieben habe, die konnte für mich auch wirklich nur... Giza Flake spielt da eine der Hauptrollen. Und es ist... Ich gehe wirklich dann schon davon aus, was gibt es für Schauspieler und was die... Also ich will mit diesem Film keinen Film machen, in dem ich sage, so sind Frauen und so sind Männer. Weil dafür weiß ich zu wenig über Frauen, aber auch zu wenig über Männer. Also wirklich über beides. Und das ist für mich nicht der Ansatz. Es ist aber natürlich so, dass Frauen in unserer Gesellschaft öfters diese Rolle übernehmen, dass sie sich um Dinge kümmern. Und es gibt einfach vielleicht als Inspiration mehr Frauen, die das kennen. Deswegen ist es jetzt auch eine Frau geworden. Mich hat das auch interessiert, eine Frau in diesem Arbeitsmilieu zu erzählen. Aber es ist für mich kein Film, der jetzt irgendwie sagt Frauen und Männer, sondern Liebende. Und nicht mehr Liebende und Suchende und sich Verlierende. Das ist für mich immer noch viel wichtiger. Und genau. Und deswegen letztendlich ist es für mich auch Enne Schwarz. Also wenn es Enne Schwarz geben würde, als Mann hätte ich vielleicht wirklich da nochmal drüber nachgedacht. Weil was ich gerade beschrieben habe, dieses Lieben und Nichtlieben können, das ist das, was mich interessiert hat. Und natürlich muss man unsere gesellschaftliche Realität mitbedenken. Und das habe ich auch versucht einfließen zu lassen. Aber das ist nie ein Startpunkt für mich. Haben wir noch weitere Fragen? Ich hatte lustigerweise bei Sagt Du's mir, nur weil da geht es zum Beispiel um eine Männerfreundschaft. Und da war es so, dass dann der eine Freund seinem anderen Kumpel so etwas sagt wie, ich habe keine Gefühle mehr für dich. Also es ist nur eine Freundschaft, aber er sagt das trotzdem so. Und da waren dann oft die Rückmeldungen so im Sinne von, ah das ist so typisch männlich, dass Männer nicht über ihre Gefühle reden können. Und das kann sein, dass das auch so ist. So nehme ich das aber bei mir und meinen Freunden gar nicht wahr. Deswegen will ich immer gar nicht in so eine Schiene irgendwie so reingehen. Die Männer sind die Gefühlskalten und die Frauen nicht oder so. Und das ist ja hier auch anders. Sie ist ja auch beides. Sie ist die, die ihr Kind irgendwie, oder das glaubt ihr Kind nicht lieben zu können und trotzdem unglaublich viel Liebe in sich hat. Und ab irgendeinem Punkt ist man in der Geschichte so sehr drin, dass man da gar nicht mehr guckt, ist das also so sehr einfach nur aufs Geschlecht, sondern wirklich, wer ist das, was erzählt sie mir. Und dann kommt ja auch die Hauptdarstellerin da hinzu, die Editorin, meine Produzentin und da kommen ja ganz viele verschiedene Stimmen. die das auch noch sehr wesentlich prägen. Okay. Da hinten ist noch eine Frage. Also du hast gesagt, dass sie unglaublich viel Liebe in sich hat. Und das ist, glaube ich, Betrachtungssache. Also in meinem Auge war sie schon von Anfang bis Ende, nicht, dass sie irgendwie keine Gefühle hat, aber dass sie super ausgetrocknet ist irgendwo, fast gestorben. und also fast tot war eigentlich, bis dann Paul sie so ein bisschen wiederbelebt hat, so mit Gefühlen und Leben und Liebe und das dann geöffnet hat, das dann irgendwann wieder zuging. Und ich weiß nicht, wo siehst du zum Beispiel, dass sie unglaublich viel Liebe hat, außer, dass sie jetzt Paul irgendwie beruhigen kann, wenn er total in Panik geraten ist. Woran siehst du zum Beispiel die viel Liebe? Also mit unglaublich viel meine ich nicht, dass sie im Film an unglaublich vielen Momenten voller Liebe ist, sondern dass das Potenzial an Liebe in ihr sozusagen da ist. Also sie hat eigentlich ganz viel Liebe in ihrem Herzen, was aber irgendwie vielleicht nicht rauskommt oder wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber eben gerade die Phasen in der Vergangenheit, wenn sie ihn eben anfängt, in diesen anderen Rollen zu sehen. Und da ist es eben, aber das ist genau die Frage, die mich interessiert. Was ist denn Verlieben? Verliebt man sich wirklich in das Gegenüber oder verliebt man sich auch in die Rollen, die man auf einmal wird? Ich bin jetzt die, die ihn beruhigen kann. Ich bin auf einmal mehr, als einfach nur die hier irgendwie ihre Arbeit machen muss, sondern ich kriege aber auch eine Sinnhaftigkeit auf einmal. Das sind ja auch Aspekte, die da mit reingehen. Aber wenn sie zum Beispiel da am Ende sitzt, beim Jobcenter, und wenn sie zu ihm rüber lächelt, da ist sie schon für mich irgendwie voller Liebe. Also so habe ich das immer gesehen. Aber ich verstehe dein Gefühl, das ist ja auch. Deswegen die Frage war immer, der Ausgang ist trotzdem wie dieser Zerfall, diesen Zerfall zu erzählen, die Entfremdung vom Partner, aber auch von sich selbst. Und deswegen ist dein Grundgefühl, natürlich kann ich das total nachvollziehen, aber gleichzeitig hat sie ja trotzdem dabei immer die Sehnsucht. Also sie ist ja nie da und sagt, ich bin jetzt hier irgendwie, kann nichts mehr mit dir anfangen und ciao, sondern sie will ihn unglaublich, sie will ihn unbedingt lieben. Das ist ja das, was es für sie auch so hart macht. Also wenn sie auch sagt, jetzt umarmt den alle und jetzt spielen wir irgendwie das Spiel und so. Sie macht tausend Versuche, um ihn wieder lieben zu können. Und das ist ja das Paradoxe, dieses Lieben wollen, aber nicht können. Aber irgendwo muss dann da ja Liebe sein, weil sonst würde sie es ja gar nicht wollen. Sonst könnte sie ja sagen, Tschüss Paul, von Anfang an. Sie sagt es ihm ja auch dann einmal sehr konkret. Also das wird ja einmal wirklich dann verbalisiert, als sie im Schwimmbad sind, wo sie da mit Tränen kämpft. Das ist für mich eigentlich auch ein Moment, da ist sie ja total traurig eigentlich, aber traurig eben, weil sie ja auch mal diese Liebe hatte. Ich glaube, genau. Aber das ist genau die Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Wen hat sie, das können wir uns natürlich jetzt alle fragen, wen hat sie denn geliebt? Hat sie ihn wirklich mal geliebt? Oder nur die Facetten? Oder kann man überhaupt wirklich lieben? Verliebt man sich immer nur in Illusionen? Die müssen einfach zusammenpassen. Das sind ja, finde ich, die spannenden Fragen. Ich meine das jetzt positiv. Der Film ist ja schon über weite Strecken ziemlich schwerer Stoff. Finde ich gut, auch melancholisch. Aber ich finde, da steckt auch, als ich den letzten Dialog dann da auf dem Arbeitsamt dann nochmal gehört habe, da steckt auch echt eine Komödie drin. Wäre das auch mal was? Also vom Dialog her, dieses Trockene, wie sie dann da sitzt und auch die Art, wie Paul irgendwie so Situationen entspannt oder wie er so fantastische Sachen herbeiführt oder Sachen unterminiert, dieses Anarchische. Wäre das auch mal was? Komödie? Dann so richtig? Es fängt eigentlich bei mir alles immer als Komödie an. Aber man sagt ja immer, in jeder guten Komödie steckt auch eine Tragödie und die nehme ich dann, glaube ich, einfach sehr ernst. Da hinten ist noch eine Frage. Es ist ein bisschen was Technisches jetzt vielleicht, aber mir ist natürlich aufgefallen, dass ihr einen sehr bewussten Umgang mit Licht habt. Das fand ich sehr schön, gerade in den Szenen, die in den Industrieanlagen gespielt haben, dass es so viel Dunkelheit gibt im Bild und so eine ganz sanfte Betonung der Haut irgendwie. Weil du das eben selbst angesprochen hast, dass diese Landschaft in unterschiedlichen Lichtsituationen so eine ganz unterschiedliche Wirkung auch hat, auch eine erzählerische Wirkung. Kannst vielleicht zwei Sätze dazu sagen, wie ihr mit Licht umgegangen seid, welche Rolle das gespielt hat für euch. Da kann unser Kameramann Jan Mainz das natürlich noch viel schöner erzählen, aber ich kann euch ja nachher verbinden. Das muss ich auch wirklich sagen nochmal, weil ich das vorher gesagt habe, ich komme vom Ohr und vom Hören. Ich hatte schon auch ein paar Ideen, was das Bild vielleicht betrifft und die habe ich auch ins Drehbuch eingeschrieben, aber wirklich, das ist ja manchmal nicht ganz klar, was Regie und Kamera, aber wirklich das Visuelle, das Bild, das Licht, das kommt eben ganz stark von unserem Kameramann Jan Mainz, von unserer Kostümbildnerin Julia Kneusels, unserem Szenenbildner Jonathan Saal, die haben da ganz starken Einfluss und ganz vieles, was da auf dem Papier total abstrakt ist, hier überhaupt erst so spürbar und so haptisch gemacht, was uns auch immer sehr wichtig war. Wir haben da versucht, auch was das Licht betrifft, bei den verschiedenen Zeitebenen auch dezent, nicht zu stark, diese unterschiedlichen Temperaturen, sage ich mal, auch von Nadines Figur ein bisschen widerspiegeln zu lassen. Wir haben ja auch ein engeres Format in der Vergangenheit, wo sie erst mal auch irgendwie diesen Tunnelblick irgendwie hat, aber wo wir auch teilweise noch näher irgendwie dran sind und wo es aber auch zwar eine größere Rauheit gibt, aber auch ein bisschen mehr Wärme eigentlich, das war uns wichtig, während in der Gegenwart, wo eher, sage ich mal, diese Entfremdung mehr mit reinkommt, es etwas kühler ist, wir auch im Bild etwas weiter weg sind, sie öfters mal irgendwie etwas verloren ist und eigentlich manchmal nicht so einen richtigen Platz auch irgendwie im Bild hat oder vielleicht auch im Licht, wenn man das so nennen mag. Und da haben wir eben versucht, diese Hoffnungsschimmer oder auch diese komischen Momente in der Vergangenheit, in dieser Verliebenszeit irgendwie mit reinzunehmen und es gibt ja diese Rauchaufnahmen, wo das für mich auch total schön aussieht und in der Gegenwart, wo man das gefragt hat, oh mein Gott, was ist hier das direkt und genau, das war so der Gedanke. Noch weitere Fragen? Ja, ich finde den Film sehr interessant, ganz allgemein gesprochen. Mich hat eines fasziniert, dass es Ihnen gelingt, von einer Gefühlsfallung von 100 wieder auf 0 und von 0 auf 100 ständig hin und her zu springen und ich frage mich, hatten Sie nie irgendeinen Moment die Angst, dass Sie ins Leere springen mit Ihrem Film? Ich habe sehr, sehr viel Angst beim Drehen und so und es gibt vieles, was mich überfordert oder einfach so ein Drehtag an sich. Also ich sage immer, jeder Drehtag ist im Grunde wie eine Hochzeit und man muss jeden Tag aber nochmal heiraten und jeden Tag gibt es Probleme, ob das Catering passt und irgendwie alles da ist und so, deswegen so ein ganzer Prozess ist es schon viel mit Angst begleitet, aber andererseits war bei uns allen einfach so eine Lust, das jetzt mal anzugucken und auszuprobieren und ich glaube, die verdrängt dann doch irgendwie diese Angst und ich komme auch ein bisschen vom Kurzfilm machen, also wie ja viele bei uns, glaube ich, in der deutschen Filmwelt, weil man einfach erstmal mit Kurzfilm anfängt und ich sehe jede Szene eigentlich immer wie ein Kurzfilm und jede Szene hat einen eigenen Ansatz, hat eine eigene, vielleicht Kamerabewegung, einen eigenen, mal ist der Dialog mehr im Vordergrund, mal mussten wir mit Tieren irgendwie drehen und das waren so konkrete Herausforderungen, dass man beim Drehen schon das Gefühl hatte, man wusste natürlich nicht, wie der genau wird, aber dass einem das sofort was zurückgibt. Es gibt ja Filme, die entstehen wirklich erst im Schnitt und du weißt beim Drehen überhaupt nicht, was du da eigentlich machst und musst irgendwie hoffen, dass das informativ dann nachher alles zusammenpasst und hier, vor allem auch, glaube ich, dank Enne, hatte ich da nicht so die große Angst, aber ich habe natürlich auch, das soll jetzt gar nicht zu selbstbewusst klingen, ich habe natürlich Zweifel die ganze Zeit, aber nie so grundsätzliche in der Hinsicht und dieses Hin und Her der Gefühle, das war uns auch sehr wichtig, weil wir wollten auch einen Film machen, der hat natürlich auch sehr langsame Momente teilweise, aber deswegen auch der Einstieg mit der Kuh, der erstmal schon sagt, das ist jetzt auch Kino und das soll einen auch mitnehmen und das ist jetzt eben, es ist eine schwere, vielleicht also eine Tiefe, aber nicht unbedingt eine schwere in der Hinsicht von irgendwie Behäbigkeit, sondern die Figuren sollen auch spritzig sein, die sollen auch nicht auf alles nur mit Schweigen antworten, sondern die sollen auch schlagfertig sein und das war uns sehr, sehr wichtig, dass es einen auch mitnimmt und genau, nicht alles nur in einem traurigen Fensterblick ausmünden lässt. Und zwar in der Tat, Dankeschön, und zwar in der Tat, das mit der Kuh, ich habe immer gesagt, das ist ein Ochse, weil der so geschnaubt hat und auch dieses robuste Fell, fand ich total beeindruckend und dann kam dieser Break und dann wurde es ein Junge, das fand ich unglaublich, da habe ich gemerkt, Wahnsinn, was ein Wechsel, was passiert da jetzt? Und auch dann hin zu dem Mittleren, also nicht der Paul jetzt so zum Schluss, sondern der, ja immer gekennzeichnet, mit dem Ohrring, das hat mir sehr gut gefallen. Dann fand ich die Szene, wo sie gestrandet ist mit dem Auto, kein Benzin mehr, das fand ich eine total tolle Szene, weil ich da den Eindruck hatte, jetzt ist sie die Kuh oder der Ochse und die Adaption, die Mutter, sage ich jetzt mal, zieht sie und nimmt sie und beschützt sie und holt sie wieder raus. Was ich auch total toll fand, die Szene, wo die Fasching gespielt haben und er mit dem Duschanzug, also der ist der Hammer, also das wird eine Idee, wenn ich mal sowas überhaupt mal tragen sollte, ist das super, also mit dem Zahnbecher am Arm, das fand ich so grandios. Aber was ich toll fand, die Kamera, die dann mitgeht und die liegen auf dem Tisch, das ist so unglaublich, also das fand ich, hat mir außerordentlich gut gefallen. Und dann noch die Szene, wo sie im Auto zurückgeht, nachdem, wo sich Paul sozusagen wieder in die Kuh-Ochse da verwandelt, wo ich eher so dachte, eher negativ, sage ich mal. Sie gibt ihm noch mal Kraft mit auf den Weg, du packst es und hier, sie werden das erleben, der ist klasse und so. Und dann guckt sie aus dem Fenster und er geht wieder weg. Wie er gekommen ist, ziemlich zu Beginn. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und dann ist sie wieder im Auto, dann ist das ein abgeschlossener Raum und dann wird das so wie, weiß ich nicht, so Major Tom, also so Spacik, und dann spielt sie ja auch noch so ein Raumschiff. Soll sie ja. Das Kind sagt ja hier, du bist ja das Raumschiff. Also diese grandiosen beieinander, herzlichen Dank. Also ich finde den ganz toll, der wird mir noch viel nachwirken und hier sind so Interpretationen, die sehe ich alle ein bisschen anders, aber das ist ja das Spannende am Film. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Das ist doch ein sehr, sehr guter Schlusskommentar, aber bevor wir ganz dann uns in den Abend verabschieden, möchte ich jetzt mich in Urs Spörri verwandeln, der normalerweise noch die obligatorische Frage zu dieser Reihe stellt und zwar, was tut sich denn im deutschen Film? Also es tut sich, glaube ich, unglaublich viel und die Frage ist, wie können wir das alles mitbekommen? Dafür sind solche Reihen natürlich super. Und wie gesagt, ich habe in Babelsbeck studiert, ich kenne jetzt ein paar auch von anderen Filmschulen und so, aber da gibt es ganz viele, die eben auch Ideen haben, bei denen man auch verständlicherweise, glaube ich, irgendwie denkt, man könnte da vielleicht Angst haben, aber die sich unglaublich viel trauen, viel mehr noch trauen, mutig sind, auch lieber irgendwie vom 10-Meter-Brett springen als irgendwie vom 1-Meter-Brett, auch mit dem Risiko, dass sowas natürlich auch mal schief gehen kann. Das wäre hier ohne Ende, wäre dieser Film, dann hätte man, naja gut, jetzt schöne Idee mit den Gestalten, aber interessiert mich nicht wirklich oder so. Das sind ja teilweise auch, hängt das an so viel, naja gut, das ist natürlich eine Hauptentscheidung, das ist eine große Entscheidung, aber es liegt manchmal trotzdem so an Nuancen und da glaube ich, dass gerade schon sehr, sehr viel auch noch an den Filmschulen passiert und kommt und die Frage ist einfach nur, wie kommt das alles auch ins Kino und wie kommen die Leute wieder ins Kino, weil, genau, ich blicke, was das betrifft, eigentlich sehr optimistisch, dahingehend, was sich tut. Auf jeden Fall, da bleiben wir optimistisch. Danke für das schöne Gespräch, danke für deinen Besuch hier und nochmal der Werbee-Blog, den auch der Kollege schon gemacht hat, was sich im deutschen Film tut, kann man, was sich in den letzten 23 Jahren getan hat, im deutschen Film kann man unter anderem auch nachvollziehen in der Ausstellung, die gerade noch hier oben läuft, neue Stimmen, auch sehr sehenswert mit einer sehr, sehr toll begleitenden Filmreihe, da gibt es echt viele Highlights auch zu entdecken und damit wünschen wir, ich, EPD und das Deutsche Filminstitut und Museum einen wunderbaren Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Danke sehr.